Auf der Position 7 jetzt ein Raketenset, das schon bekannt sein dürfte, aber es retiert sich sich das nochmal anzuschauen. Sehr schönes Set, reinsortig in Gold gehalten von der Firma Funke Gold Rockets. Ja, das muss man wirklich sagen, ein tolles Produkt, sehr schöner Gold-Effekt, mit toller Sternzeit, und das Ganze auch noch für einen sehr akzeptablen Preis bei uns im Shop für 9,95, da kann man nicht weckern. Auch in diesen Zeiten, ja, wir sind noch nicht so hochgeschossen wie Gemüse oder Benzin.